Ali hallo und halbischen Leute wir sind hier beim Let's Play Together von Comoran Kompel General Rehler oder General Rehler ich musste nur die sein Team und wer mit und wird ansonsten macht schon die nur Platz wo von Freunden Stichblatt auch und komische Träume ich würde sagen Weg mal los die Karte ist besetzt die Karte ist besetzt besetzt ist die Karte um im Übrigen spielt ich und Oli das Spiel mit einem Uncut Patch also falls einer von euch wundert was wollen Sie von mir Spielfiguren und wie ist das jetzt wieder Asynchron ich spreche den Satz zu Ende genau das unsere komischen Spielfiguren da irgendwie mal was anderes sagen oder irgendwie andere Einheiten da sind es liegt daran dass wir ein Uncut Patch beide drüber gejagt haben und sozusagen jetzt die unsensierte Version von Comoran Kompel General Rehler Siehrauber haben ich werde arbeiten ich habe sehr viel cooler ist deutlich ich tue was ich tun muss ich bin nur ein Bauer auch wenn der selbstmordattentäter bei der IBG immer noch fahrende Bombe heißt ja irgendwie haben die nicht auf die Reihe gekriegt das um zu benennen aber ich schon machen was jetzt sieht schon mal anders aus es geht vor allem plötzlich muss man sich verhalten das war viel aber man soll den Tag er nicht vor dem Amt loben so wieder ein Gebäude richtig und die also halt bloß die Klappe er kommt gemäß die Demo alles schief wenn ich vorher was erinnert hat bei uns geht es um alles schief wenn sie zocken wollen nicht klappt irgendwas das ist ja vor allem gibt immer dann schief wenn wir glauben es geht gut das ist auch im Privatleben so immer genau wenn ich sage das ist läuft was gut zehn Minuten später kommt eine Nachricht weiter das hat mich ein Pessimist geworden Oli sollte wieder anfangen jeder Situation kritisch gegenüber zu stehen richtig unsere Chemie-Waffen sind großartig falls jemand von euch noch nicht bemerkt hat ich spiele von der IBG den Säure-Waffen-General und nicht die normale westliche Allianz Oli spielt ganz stinknormal westliche Allianz kein General ich tue was ich tun muss das braucht man im Spiel schon generieren ich ich werde arbeiten das Spiel heißt doch nur so das heißt doch nur so ich werde arbeiten sie hier eigentlich irgendwie verbündet unsere KI-G-Waffen unsere Chemie-Waffen sind großartig deshalb hat uns doch keiner angegriffen verstehe und es ist auch keiner schwerer das hat uns auch noch an einigen das aus dem Jahr wir sind wir sind wir sind wir sind das gilt für sie wir sind wir sind wir sind Gamer wir schaffen es nicht gegen die ich werde ich noch bei 10 und 10 wir schaffen es nur gegen die wir haben es schon mal geschafft also wenn man nicht um die Welt wird man nicht alles schlicht die um die noch mitmachen als Verbündeten ich glaube noch mitmachen ist Gott ich glaube wir haben zwei mittler als Verbündete nicht mehr das ist ja nicht mehr als ein hat auf jeden Fall sehen was sie vorhaben stecke ich denn die wir sind immer auf Empfang was wollen sie von mir gibt es kein besseres Werkzeug noch ein Waffenhändler hör mal ran wir schalten sie mit Chemiewaffen aus besetzt das Gebäude verderben allen Unterdrückern ihre Cyborgs sind verwundbar jagt sie davon und falls es einen interessiert Olli und ich spielen über Hamashi und wenn es keinen interessiert hört einfach weg genau wenn es keins interessiert hört einfach weg ignoriert uns das ist sowieso das beste ja guckt euch einfach das Spiel an oder auch nicht am besten wenn ihr das Video anguckt am 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 besten wenn ihr das Video anguckt einfach auf Mut stellen das Gebäude gehört jetzt uns oder einfach einen Bildschirm auch nebenbei noch ausmachen wenn ihr das Video anguckt auf Mut stellen und einen Bildschirm ausmachen das wird schlecht sein klar dann habt ihr Spaß am Spiel oh ja klar leck mich ne komm ich geh da nicht hin ich komm wieder eine Aufforderung nicht mehr gehen sie mir natürlich gleich auf den Pies auf den was? auf den Pies unser Pfund ist stark Toh jetzt sind sie wegригutaken o was? cito ja ne klar Jesus mach ihn tot 조 hab ihn ach nicht ich bunke mich jetzt mal ein bisschen ein da oben viel Spaß wir bewachen den GBA Untergrund da rein, schnell ja, dich haben ohne dich sie greifen unsere Basis an das, das, das 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 sch shoulder das du auf dem Weg wie gucken wir uns die nur doof an genau ich will dass man so was baut ach so ja aber der ist normal der wird nicht viel bauen ich habe euch auch nicht geflogen mich mehr hinterher regieren da ist was dran das Kapion sticht noch tot das ist ein Flugzeug und ich habe schon gewundert die mich nicht angreifen in der Nähe anbauen ich habe mich jetzt voll gewohnt werden kein Wunsch ist mir begegnet wachst du auch schon gut das war doch schon wieder eine Aufforderung die Stürmer es wird schon erwarten dass du arbeiten gehst Hartz IV Leben ist ja nicht St alle Leute die Gebäude sind schon richtig kaputt feindliche Partikelkannen geortet da ist ja noch so ein Bunker die schöne orientalische Musik hier ich habe jetzt bremdländische Fahrzeuge wir haben jetzt bremdländische Fahrzeuge ich werde gehorchen es wird schon erwarten dass du mir gehorchst gibt es kein besseres Werkzeug sowas würde ich mir mal so eine Aussage würde ich mir mal von Oli wünschen ich werde gehorchen den Wunsch erfüll ich dann bestimmt nicht Prozent als würde ich dann der Sturm ein das Fuss weg ich sag's dir ich habe alle die nicht wissen fusten heißt das in der Klinik hin das ist deutsch das Gebäude ist aus Deutsch für Hände Hartz-IV-Sprache Hartz-IV-Sprache ich bin aber gar kein Hartz-IV-Empfänger und wirklich schon Hartz-Vin richtig Hartz-Vinster ein Notfeld ist mir nicht Danke für die neuen Schuhe was man sagt Rosinenbombo Was, Rosinenbombo? Na klar Die wurde dir auch schon vorgeworfen, die heißt die Sachse Sonst noch was? Glaube nicht Nicht? Wann denn auch? Obwohl, möglich wäre alles Ich erinnere mich nur an solche Augenblick nicht Ich tue, was ich tun muss Das sind ja Ölbohrthürme That's nice Nice to meet you Nice to meet you Können sie zu mieten Schön dich zu Fleisch Hey Hi Ich Knore Weitere Empfangsradios Ich hatte noch eine Helis da hingeschickt weil man zu können was steht Nein, nein, die sind schon wirklich richtig Die sind schon da ganz richtig, die Helis Hältst du die mal da, hallo? Hallo! die ist so m Arschloch, ey ja bloß wird kein Schutz geben und meine 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 Kanone ist auch schon wenn ich kann nur es kann schon wissen wir haben der Feind feuert mit seiner Partikel kann wie er das und ich muss noch nicht gut gut nicht einfach nicht auch schon gut ich werde gut tritt es nicht schlecht ist nicht fest ist dahin wenn du die die 10 und 10 Pro Game und Pro in Mittlerer Gegner die Richtigste es ist die Schütze ich bin so froh dass wir schon wieder los sind ich Christoph ist zu im Gehtschule wenn ich mal noch sind unterwegs das ist nicht mehr schöner mit zusammen aber so nach mit wenn du da bist du nach mit Da hab ich noch nur Achmed. Das ist so schwerer Arbeit. Was? Alles raus. Die höhere Ordnung soll herrschen. Kein Opfer ist zu groß. Nimm das Gebäude ein. Der Feind feuert mit seiner Partikelkanone. Er hat nur seine Partikelkanone. Wir brauchen mehr Land. Ich nicht. Stimmt. Du nicht. Na ja, mach mal was Neues. Ich bastel mir jetzt einen schönen Armee zusammen. Ich mach nur mehr. Wir haben das Gebäude eingenommen. 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 Auch finanziell wenig schon mal Top. Wir sind hier fährt. Storpionsticht zu. Ich schieße auf alles was sich bewegt. Ich schieße auf alles was sich bewegt. Und ich schieße auf alles was sich bewegt. Ja, wenn ich nicht lange Weile habe. Ja, wenn ich mal 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 lange Weile habe. Ich habe Hunger und muss ich meine Wand wieder Sachen machen. Das ist doch auch nur Lebewesen. Ja, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich schieße auf alles was sich bewegt. Skorpionsticht zu. Wir sind hier fährt. Ich schieße auf alles was sich bewegt. Skorpionsticht zu. Können wir nicht in Frieden leben? Gibt es kein besseres Werkzeug? Ich schieße auf alles was sich bewegt. Unser Skorpionsticht zu. Ich bin klar rumgescuttet. Ich will rot scutten. Ich schieße auf alles was sich bewegt. Äh, tu was du willst, weil... Ich kann eh nicht. Skorpionsticht zu. Weil, ich kann eh nicht.